Musik Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy und ich habe ein neues Video für euch am Start und zwar passend zu Weihnachten dachte ich mir einfach mal, ich hau euch einfach mal so ein Bad Santa Claus Outfit raus das aus mehreren Glitches besteht und wie das Ganze funktioniert, erfährt ihr alles nach dem Intro also Jungs, bis zum Schluss dranbleiben, bis gleich So, als allererstes braucht ihr so ein Outfit, wie ihr es gerade im Hintergrund seht also mit dem verpackten Nachtsichtgerät auf dem Kopf und mit der heißen Raubüberfalltasche hinten auf dem Rücken wenn ihr nicht wisst, wie ihr die Raubüberfalltasche bekommen könnt ich habe dazu mal ein Video gemacht, den Link haue ich am besten unten in die Videobeschreibung rein dann könnt ihr das auf jeden Fall auch noch machen so, aber fangen wir jetzt als allererstes mal mit dem Nachtsichtgerät an, wie ihr das hinbekommt und zwar dazu braucht ihr eine Yacht, es muss natürlich nicht eure eigene sein danach öffnet ihr euer Interaktionsmenü, geht unter Steel Accessoires und geht hoch auf Ausrüstung und zieht euch mal das Nachtsichtgerät an danach begebt ihr euch hier an den Pool hin und werft da mal ein paar Haftbomben hin sobald ihr den Pool betreten habt und ihr die Badeklamotten anhabt dann läuft ihr so ein bisschen weiter weg, dann zündet die Haftbombe, explodiert dabei und wie ihr seht, habt ihr das verpackte Nachtsichtgerät so, das müsst ihr jetzt einfach nur im Kleiderschrank speichern wo ihr das speichert, spielt eigentlich erstmal gar keine Rolle ich habe das ja bereits schon gemacht, aber das müsst ihr halt für den Glitch auf jeden Fall noch machen und natürlich auch noch die heißen Raubüberfalltasche auf den Rücken bekommen wenn ihr das natürlich auch noch mit dem machen wollt wenn ihr das Outfit dann habt und gespeichert habt dann begebt ihr euch mal zu dem Bekleidungsladen unten am Stripclub und dazu müssen wir halt dann die ganzen Sachen auf ein anderes Outfit übertragen also das Nachtsichtgerät übertragen wir auf ein anderes Outfit und auch die heißen Raubüberfalltasche aber als allererstes müssen wir erstmal das passende Outfit dafür suchen und dazu geht ihr an die Theke hin, geht auf Outfits und geht es dann auf Weihnachtsmänner oder Weihnachtsmannkostüme und dort zieht ihr dann das ranzige Weihnachtsmickimannkostüm an wenn ihr das dann habt, dann öffnet ihr einfach nur euer Interaktionsmenü geht dann auf Stil, auf Accessoires und sucht euch die passende Weihnachtsmaske noch aus die ich jetzt in dem Video euch zeige weil die sieht einfach so perfekt für das Outfit aus deswegen habe ich mich für diese entschieden und zwar hier diese böse Weihnachtsmannmaske und danach speichert ihr das Outfit weil wir jetzt nun die Duffelbag auf dieses Outfit übertragen werden und für diesen Schritt brauchen wir jetzt das Outfit das wir vorhin auf der Yacht uns erstmal angelegt haben mit der Duffelbag und mit dem Nachtsichtgerät das wählt ihr jetzt erstmal aus und dazu braucht ihr jetzt noch einen Helikopter ich habe mich jetzt einfach mal als CEO registriert damit ich sofort einen Buzzard neben mir habe und da jetzt nicht ewig lang auf Merryweather warten muss danach fliegt ihr einfach so ein bisschen nach oben dass ihr genügend Zeit habt, um euren Fallschirm nachher noch zu ziehen und das Outfit zu wechseln so, wenn ihr oben angekommen seid springt aus dem Helikopter raus drückt X, um den Fallschirm zu öffnen öffnet euer Interaktionsmenü und wechselt mal auf das Outfit mit dem Weihnachtsmann ich habe das jetzt einfach mal OFXMS genannt so, und jetzt kommt es ein bisschen auf Timing drauf an und zwar ihr müsst landen und in dem Moment wo ihr die Hände an den Fallschirm macht also an den Fallschirm Rucksack dann müsst ihr mit X das Ganze erst bestätigen weil dann überträgt ihr die heiße Raubüberfalltasche so, und jetzt X drücken BAMS, jetzt habt ihr die auf dem Outfit drauf jetzt müsst ihr einfach nur wieder an die Theke hingehen und das ganze Outfit erstmal speichern sobald ihr es dann gespeichert habt geht ihr unter gespeicherte Outfits mit X rein geht auf das Outfit, wo wir vorne auf der Yacht gespeichert haben tut das mit X bestätigen und anziehen und geht das dann auf das Santa Claus Outfit drauf und tut das auch mit X bestätigen und dann habt ihr hier dieses Nachtsichtgerät auf diesem Outfit das müsst ihr jetzt einfach nur noch speichern damit es so bleibt und jetzt gehen wir einfach nochmal auf Fliegeranzug machen wir einfach den Klassiker noch dazu den zieht ihr euch jetzt an und läuft mal zu Fuß rüber zu einem Stripclub im Stripclub angekommen öffnet ihr einfach nur euer Interaktionsmenü geht auf das eben gespeicherte Outfit mit dem Weihnachtsmann tut das mit X bestätigen und verlässt jetzt einfach nur wieder den Stripclub und wie ihr gleich sehen werdet habt ihr den Schlauch jetzt nun auch noch an so, jetzt müsst ihr das Ganze einfach nur noch abspeichern und dann habt ihr dieses Outfit erstmal dauerhaft und falls der Schlauch manchmal bei euch nicht angezeigt wird dann wechselt einfach nur das Outfit geht wieder zurück auf das eben gespeicherte Outfit und tut es zweimal mit X bestätigen beim zweiten Mal taucht auch der Schlauch wieder auf um das ganze Outfit jetzt wirklich perfekt zu machen wechselt ihr einfach mal zum Feuerwerksabschussgerät schießt mal so auf den Boden und wenn ihr aufsteht, seht ihr das hier komplett voller Blutzeit und alles und jetzt sieht das Outfit doch wirklich sehr sehr geil aus so, das war's auf jeden Fall mit dem Video ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat ich bin raus, Jungs, haut rein, macht gut, ciao, euer Zeddy oder auf jeden Fall habt ihr auchmist euch. Robbie